Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das? Was? Hallo? Hallo? Uah! Hey Leute und Herzen! Willkommen zu Let's Play Five Nights at Freddy's! Am iPhone natürlich! Das Spiel wurde mega gehypt! PewDiePie hat es sogar gespielt! Und es gibt es für iOS! Da dachte ich mir so, Alter, du machst iOS Let's Play's! Also Chaos Süderspiel 2,69 und hier sind wir! Five Nights at Freddy's! Ich bin gespannt, wie ich mich anstellen werde, ich hoffe mal es geht! Ähm, ja, ich bin D-Fan und hier ist jetzt ein Telefonat. Ich habe ein Telefonat. Ich habe ein Telefonat. Ich habe ein Telefonat. So let's just focus on getting you through here first, okay? Uh, let's see, first there's an introductory reading from the company that I'm supposed to read. And it's kind of a weird old thing, you know. Um, welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or persons. Upon discovering the damage or death that occurred, a missing person report will be filed for that 90 days will get a fussy instrument that is thoroughly pleased and bleached, and the carpet is ever placed, blah blah blah. Now that might sound bad, but there's really nothing to worry about. Uh, the animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years, and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children and you can show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. Uh, they're left for some kind of free roaming mode at night. Uh, something about their servos locking up, they had turned off the drums. Uh, they used to be allowed to walk right during the day too, but then there was the Bison 87. Yeah, it's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know. Uh, now concerning your safety, the only real reason to see you as a night watchman there, if any, is the fact that these characters, uh, if they happen to see you after hours, they probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without a conduit. Now, sometimes against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear's suit. Um, now that wouldn't be so bad if the students themselves weren't filled with crossbeams, wires, and electronic devices, especially around the facial area. So you can imagine while having your head forcefully pressed inside one of those because of it is discomfort. And then, uh, the only part for you that would like to see the line of day again would be your eyeballs and feet pop out the front of the mask here. Yeah, they don't tell you these things that we sign up. But hey, first of all, I'll challenge you tomorrow. Uh, check those cameras and remember to close the door. Oh, shit. Oh, shit. Is that Freddy, or, 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 or where is that? Oh, fuck, er's weg. Wo is er? Fuck, wo is er? Nein! Wo is er hin? Heee... Gott! Wo ist er hin? Fuck, 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 fuck! Leute, Leute, wo ist der Typ hin, Alter? Warte, 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 da, da ist einer. Oh mein Gott, 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 Leute, wo ist der? Wo ist der? Verdammte Scheiße! Oh nein! Nein, der Schicken ist da! Wo, 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 wo ist es hin? Wo, da? Hä... Wo ist... Da! Fuck! Fuck, 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 fuck... Fuck, 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 fuck! Wo ist... Alter! Es ist gerade ... Wo, wo, wo ist dieses Häschenvieh hin? Verschnitt... Hä? Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh, oh oh. Oh, 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 erste Nacht, Leute. erste Nacht haben wir überstanden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute. Oh, es ist 6 Uhr. Hui. Okay. Sorry, dass ich jetzt so ruhig war, aber, ähm, der hat geredet und ich weiß nicht, ob das jetzt, äh, voll wichtig für euch ist oder nicht. Keine Ahnung. Daher hab ich jetzt einfach mal nichts gesagt. Ich, ich mach das jetzt mal nicht immer. Ich red jetzt einfach mal weiter. Ähm, Five Nights at Ready ist im Teil ein Horrorspiel und es geht darum, im Teil, wie er schon mitgekriegt hat, diese Camps immer abzuchecken, dass hier diese ganzen Viecher da, das Chicken da, äh, äh, und die anderen Verschnittviecher, Freddy und so, äh, dass die uns halt, äh, nicht kommen zu uns und uns halt uns tot machen oder wie auch immer und das können wir uns halt überprüfen, wenn wir hier sein sollten mit dem Licht hier und wenn sie kommen, machen wir die Tür zu. Ganz einfaches Spielprinzip, aber mega cool oder mega gut, äh, Impli- Oh nein. Im, äh, oh oh. Foxy ist da. Foxy ist da. Verdammte Scheiße. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Und wir haben uns halt nur einen gewissen Akkustand. Oh oh. Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Fuck. 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 Okay, er ist noch da. Er ist wieder da. Bin aber doch gerade weg, oder? Hier, Foxy, den, 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 der, das trau ich überhaupt nicht. hier ist schicken hängt noch irgendwo rum aber dass das freddy da schon ist das macht mir ein bisschen Angst oh Gott wir sind so gefickt ey oh mein Gott warum hab ich das warum mach ich das warum hab ich mir das Spiel doch gekauft aber sagt jetzt bitte nicht ich soll Fighters at Freddy 2 und 3 und 4 auch spielen bitte nicht der vierte Teil ist aber noch nicht verfügbar auf iOS aber die anderen Teile ich will die nicht ich will die nicht spielen der zweite Teil soll so beschissen gruselig sein und richtig schwer sein oh mein Gott er ist noch da Foxy ist auch noch da fuck oh oh ich hab's gehört wer ist da ich hab's ganz genau hier ist hier ist irgendjemand fuck wo ist er wo 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 warte mal ist er da äh hä wer ist jetzt da hingegangen okay oh scheiße man okay nacht 2 ist noch ganz simpel ähm freut euch auf nacht 3 oder ich freu mich schon auf nacht 3 und nacht 4 oh mein Gott und nacht 5 nein bitte nicht ich will nicht oh mein Gott und er hängt da rum geh weg verdammte okay sie kommen jetzt schon sehr aggressiv wie man sehen kann also Foxy ist jetzt da und der hier ist sofort irgendwie da wo ist eigentlich das Chicken ist er schon da ja es ist natürlich schon da ich will nicht ich will nicht ah fuck 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 mach zu mach zu oh Junge oh wenn man aufgeregt ist dann tippt man hier vor falsch ich hab ja hier das Handy genau vor mir äh ich könnte jetzt auch auf dem Bildschirm spielen aber das sieht scheiße aus äh und das Spiel hat leider auch keine Kontrollunterstützung also daher ist er weg ja ist weg oh mein mein Gott Foxy hängt da noch rum wo ist das Chicken da ist das Chicken und wo zur Hölle oh nein wir sind wir haben noch 14% Leute fuck okay es ist 5 Uhr 13% noch Foxy hängt noch rum ganz ruhig ganz ruhig bin ich vollidiot ich dreh bei Horrorspielen immer die Lautstärke so extrem hoch für mich oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott ist ja nicht so als wenn ich genug Horrorspiele gerade Let's Play oder so nein for God Memory is lost within und so ach das ist ja das ist ja gar nichts scheiße Alle Leute, wir nehmen gerade mal 10 Minuten auf, wir sind schon bei Nacht 3 Oh mein Gott Oh Gott Ey, ich dachte, wir sind jetzt so gefickt, ne? Oh Gott Alter, keine Power mehr und die Viecher Oh Gott Und es ist einfach noch 6 Uhr geworden, oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott, Leute Und immer dieser komische Typ, der anrufen muss Äh, ich will schrecken Oh 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 Okay, die Kamera ist nicht mehr da Ich habe sie auch immer die Kameras ausstellen müssen Oh nein Oh nein Oh nie, oh nie, oh nie, oh nie, oh nie, oh nie, oh nie Warum ist es schon da? Warum? Wo ist es hin? Hä? Ist es weg? Hä? Wo ist es hin? Verarschen? Hä? Ist es da noch gerade mal hier? Hä? Oh nein Okay, es ist wahrscheinlich hier Okay, es hängt jetzt wieder da rum Freddy ist irgendwo Foxy pennt noch, das ist gut Oh nein, die Kamera ist wieder aus Oh nein, oh nein Oh nein Oh nein Ich höre, ich höre, wer, 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 wer kommt hier? Freddy ist es nicht Wo, wo ist, wo ist das Chicken? Oh nein, es ist da Geht doch nicht Oh Oh Leute Oh Gott Oh Gott Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig Okay, Freddy hängt nirgendwo rum Wo sind die denn alle hin? Herr, wo ist das Chicken? Verdammte Scheiße Okay Äh Ah, hier ist es Okay Freddy ist hier nirgendwo Nee Foxy pennt noch Das ist gut Das ist gut Das ist auch eine gute Runde Hier Chicken hängt da noch rum Wir wollen mal ein bisschen auf Foxy gucken Foxy ist immer Der Durchläufer Hab ich jedenfalls mitbekommen Oder gelesen Bisher gesagt Ich hab mir Ich hab mir ja nichts vorweggenommen Ich weiß nicht Äh Bitte was Oh nein Oh nein Es ist hier Es ist gleich da Oh nein Es ist da Oh 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 Okay Das Chicken ist wieder zurückgegangen Oh shit Oh shit Oh shit Oh Freddy ist hier Wie weit ist Foxy? Nein, die Kameras sind aus No, 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 no Wir haben nur noch 30% Fuck Okay, Foxy hängt noch Ah, Gott Wo ist, wo ist, wo ist, wo ist Das Chicken, wo ist das Chicken Wo ist das Chicken? Nein Nein Nein, nein, nein Lass es nicht hier sein Okay, es ist nicht hier Okay, es ist Es hängt wieder da oben rum Gut, Foxy hängt noch da rum Wo ist, wo ist Freddy? Wo ist Freddy? Wo ist die alte Socke? Es ist nicht hier Nein, no, no, no Oh Gott Oh Gott Er ist hier Er ist hier Er ist hier Oh nein Oh nein Oh nein Wo ist das Chicken? Ah Er kommt mir gleich Läuft mir gleich die Dase Bei lauter Aufregung hier Ah, okay Er ist weg Oh Mann Oh nein Das Chicken ist hier Wie weit? Foxy ist schon ziemlich weit Oh scheiße Oh scheiße Oh scheiße Okay, es ist hier Es ist fast hier Es ist fast hier Es ist fast hier Wir sind so am Arsch Bleibt mal lieber auf Foxy Oh nein Wir haben nur noch 4% Fuck Fuck Nein 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 Wir haben nur noch 4% Oh oh Bitte nicht Oh nein Oh nein Nein Wir haben keine Power mehr Wir haben keine Power mehr Nein Oh 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 nein Oh mein Gott Oh mein Gott Was ist das? Was? Hallo? Hallo? Oh Mann Oh Scheiß Freddy Oh Fick dich Mann Oh 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 14 Minuten Okay Leute Ich würde sagen Wir machen im nächsten Part Weiter Ich hoffe es hat euch gefallen Wir sehen uns das nächste Mal Haut rein Leute Bleibt nicht rum auf das Ich lasse ich Ciao Pfff Ich lasse ich Ich lasse ich Wir waiting every night To finally romantify New climbers to play with us For many years we've been all alone We're forced to be still and played That same song with ourselves Sceptic Buster took a life away Now we're stuck here to decay Ich lasse ich dir No, ich lasse ich nicht Wir haben nicht mehr was ich denke Wir haben nur noch 4% Wir haben nur noch 4% Und we're forced you Do you mind and roll We're into the robăn Und we're loxtend So, 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 so.